Hua Lian befindet sich 1,15 proximal des Metatarsophalangeal-Gelenks. Wenn Sie diesen Punkt nadeln, achten Sie darauf, dass Sie zwischen Knochen und Muskelnadeln. Drücken Sie den Muskel sachte nach unten weg vom Knochen und führen Sie dann die Nadel ein. Der zweite Punkt ist Hua Jiu, er befindet sich 1,15 proximal von Hua Lian. Dieser Punkt liegt auch zwischen Muskel und Knochen. Drücken Sie den Muskel sachte nach unten weg vom Knochen, um den Punkt zu öffnen. Führen Sie die Nadel ein. öffnen Sie einen Punkt, also informationEM Bombagt 1000–eras werden,